Hallo, ich bin Jan, ich mache die Lehre bei Siemens als Elektroniker und heute erzähle ich etwas über Siemens als Lehrbetrieb. Als ich angefangen habe, wurde ich sehr gut aufgenommen, ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt, man wird rundum betreut, man wird gut eingeführt in die Lehrzeit, was man nachher unbeschwert weitermachen kann. Die Infrastruktur bei Siemens-Standort ist top, man kommt immer ganz einfach und schnell zum Schatten. Wir sind hier sehr gut ausgestattet, wir haben grosse und helle Räume, wir haben auch genügend und gutes Arbeitsmaterial, wo man ungestört und effektiv arbeiten kann. Ich kann euch eine Lehre bei Siemens sehr empfehlen, man hat hier sehr gute Zukunftschancen und obwohl man erst bei der Lehre ist, wird man schon als voller Mitarbeiter angesehen. Wenn ihr Arbeiten habt und ihr am Computer erledigen könnt, könnt ihr auch ins Homeoffice gehen. Das hat sehr grosse Vorteile, ihr spart den Arbeitsweg, aber die Ausbilder sind trotzdem immer über Teams erreichbar. Wir Elektroniker haben drei Ausbildner und einen Ausbildungsverantwortlichen. Der Ausbildungsverantwortliche begleitet uns über die ganze Lehrzeit von vier Jahren. Wenn wir es alle haben, können wir immer zu ihm gehen. Was auch noch cool ist, wir haben Personalrestaurant, wo wir lernen, Tabatte bekommen. Wir haben auch Gratiszugriff auf Getränke und auch noch ein Selectautomat in der Nähe, wo es uns auch nichts fehlt. Habe ich euch überzeugt, dann bewerbe ich euch jetzt für ein Lehrer bei Siemens. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf! Vielen Dank.